Das ist schwer. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity so gefördert. Muss geduld haben. Es geht um mehr als die Ersten. Was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Okay. Verdammt schwer. Laufen die Operationen an der Kathedrale schon? Geht jede Minute los. Vor knapp einer Stunde haben sie schweres Gerät hingeflogen. Hannah ist schon da oben. Sie glauben, sie finden den Atlas da drin. Ich dachte, das Erkundungsteam hätte gemeldet, da wäre nichts. Einer der Gefangenen könnte ein Geheimgang. Da unten gibt es jede Menge Katakomben. Das ist irgendwie da rein. Vorne kann ich ja wohl kaum reingehen. Da unten. Klappensteam. Ja, Herr, da unten... Ja, da unten. Damte das Letre. Ja... Ja... Ja, ja. Ja... Oh, verdammt! Ich muss wieder nach links gehen. Ist da jemand? Nein! Ich brauche Verstärkung! Verstärkung! Stammt! Mann, ich wollte rein, so ne Scheiß! Ah, ist das kacke, ist das kacke! Gut. Zeigen Sie sich! Kontakt! Dampf! Ach ja, ich werde auch gleich aufhören. Spät genug. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Und dann gibt es... ...irgend so eine Art Initiationzzere. Und das was? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben! Es geht um mehr als nur Leistung. Und um das? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Die Zeremonie! Okay, this is another one with the shuttle Was ist das? Oh verdammt, das war echt unklug. Oh verdammt, das war echt unklug. Okay. So, sind wir im Schritt weit. So, ich will es jetzt endlich schaffen. Okay, das machen wir jetzt. Erstmal. Jetzt müssen wir es mitnehmen. Ja, haben wir. Ich würde sagen, die Stelle machen wir eben noch schnell. Fällig, fix und schnell und dann, ja, passt. Ja, soll ich raufklicken? Nein. Okay. 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 Will mal mit. So, wo geht's jetzt hier noch hin? Hä? Wo füge ich hier rauf? Och ne, nicht das schon wieder. Achtung, der Kontakt zu dem Team, das das Tal durchkämmt, ist abgebrochen. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Möglicher Pfandkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörungen, aber Konstantin geht kein Risiko ein. Tschüss. Und das ist ja auch. Und das ist ja auch. Warte mal. Ne, mein, voll. Ich muss sagen, ach du Scheiße. Ich höre auch gleich auf. Das Tal nicht mehr. Tja, wieso komme ich? Ach du Scheiße. Naja, ich schwöre mich darüber. Nein! Hä, warum bin ich denn da? Es ist wirklich so weit, was? Der Atlas ist nicht da drin. Der Atlas ist eine Karte. Er weist angeblich den Weg zu dem, was die Einheimischen hier geschützt. Göttliche Quelle. Konzentrieren. Den Teil kapiere ich noch immer nicht. Was diese Quelle auch nicht. Da muss ich nämlich hier hin. Tja, du wirst mich nicht töten. Weil du nicht dazu kommst. Kollege, Kartoffelnase, du. Alter. Warum fahre ich denn da fast runter? Ich riskiere aber schon meinen Kopf im Kragen, ey. Manche Stellen, das ist ja schlimm. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ja, ich finde, wir müssen Stunde 30 aufgenommen. Das reicht für heute. Und ja, das finde ich relativ spannend, was jetzt so noch auf uns zukommt. Und was wir noch so machen müssen. Und, und, und. Ja. Auf jeden Fall, wenn es euch bisher gefallen hat, lass ein Like da. Ein Kommentar wäre schön. Und eure Meinung. Und bis zum nächsten Mal dann bei Rise of the Tomb Raid. Haut rein. Bis dann nun. Schaui. Tschüss.